Ich muss mich ja mit vielen Konkurrenten rumschlagen, aber wenn mir eine Person besonders auf die Nerven geht, dann diese Beatrix von Pomp. Was? Du hattest mit ihr noch nichts zu tun? Sei froh, sie haut jeden übers Ohr. Was ist der Rein, also schöst mich für viele Menschen. Das ist eine Patrinngelung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ausgezeichnet! Cheyenne entwickelt sich zu einem bedeutenden Knotenpunkt für die Eisenbahn. Und das ist unser Verdienst! 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 Und das ist unser Verdienst!